Niklas, Niklas, Niklas US-Wer Niklas Aber lange von dir nichts mehr gehört Das letzte Mal war am Staden Am Weinfecht Wer ist ein N-Cup? Die Shit-Cat Der Dennis, ah Spielte Stefan auch mit Nee, ich hab von demnächst gehört Leon? Papa! Spielte Stefan jetzt eigentlich in deinem alten Zimmer denn? Was? Spielte Stefan in deinem alten Zimmer jetzt? Keine Ahnung, was die da haben gemacht Kommt mal rein, ich hab den Link Ja, Chef, ist hier in Ordnung Mach mal ein halbrennen Wo ist Jonas? Wo ist die Brückebauer? Jonas wollte nicht mit Weil er fett ist Der Max ist schwul Der Brückenbauer ist drin Und der andere? Der Chinchilla kommt noch Der Volkan kommt noch Wen meinst du, wer ist noch der andere? Der Hinalo Hab ich gekickt Niki Nee Was machst du denn hier Warum? Bin aufgeregt Passt doch auch, wie du hier rumläufst Wer kommt jetzt noch Wer ist denn jetzt noch Hier der Leons jeneinander drin? Gegebenenfalls der Stefan Ja, ich geh mal vor Als erstes komm ich rein Zur Volkan hat Ich schreibe Volkan mal Was das ist Weil dann dürften wir doch gleich Dann zumindest schon mal 10 Dann lassen wir schon mal eine Runde starten 10 Ründchen Ey Dennis Nee Also ich kann schon mal Kennenposter werden Weil ich ganz eindeutig Ja, komm Fang jetzt schon an Komm, fang jetzt schon an Guck mal auf Auf unser Schnauzbad Guck mal auf unser Schnauzbad Ach du Scheiße Janik Warte Jungen Du 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 Jungen Das du Niki Ich bin schneller Gar nichts Du can't do me nothing Boah, hab ich die Kurve Weigeschnitten Wer ist denn zugekommen? Der Luis Ja Das ist der Adi Lui, Lui, Lui Siehst du den? Bruder, Lui, Lui, Lui Siehst du den Link Lui? Was? Siehst du den Link Schon im Discord? Ja Ja Ist das ein Rinder, Alter Link 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 Für Among Us Warte, nicht den Link Den Code Ich hab ihn nochmal reingeschrieben Wo ist hier raus? Äh Meinst du PKL? Genau Okay Dürfte ich jetzt bitte auf Online gehen Du Hurensohn Was ist denn mit dem Chinchilla, Paul? Oh, Junge Joa, der Bub war noch bei der Physio Jetzt machen wir halblang Ich hab's doch auch hingezögert Ich weiß, aber er wollte schon um neun da sein Er hat mich schon auf neun gedrückt Und hat schon gleich halb zehn Ah, ich wollte ja auch um halb neun da sein Ich zock noch ne bei Minecraft Beste, Alter Beste Leben Minecraft hab ich halt 1900 nie nimmer gezockt Weil Supergays Nein, ich zock das immer noch, Alter Weil es die einzige Programmiersprache ist Die ich perfekt kann Und einfach alles damit machen kann Mach ich nicht Was? So, ich starte es einfach Schau mal ne Runde Wieso bewegen wir uns die eigentlich so lang? Damit ne Bitte was? Nix Damit nicht gleich wieder Lobby wäre inaktiv Aber Wie gesagt Eigentlich müssen noch kommen Niklas Gegebenenfalls so Stefan Volkan Volkan kommt noch Und noch ein Freund Von dem anderen Niklas Also das ist ganz wild Geht ja schon mal gut los, ne? Wurde mal Holen wir Irgendwann die View Von dem Streamer Wird er mit drin? Nein Nein Entschuldigung Jetzt war der Maid einmal dabei Jetzt hör auf den zum Moppen, Alter So, bleib ganz ruhig Lass den Buben ruhe, der ist fett Der Arm Ja, Jonas hat ja angefangen Ja Wir sind doch Wir sind jetzt Mute ich doch mal Geht schon los? Haha, jo, danke Haha, jo Jo, komm Ja, 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 ja Tendest, tendest, tendest Ja, aber so ein bisschen zu schnell Deniz, hm? Oh, fuck, alter Nee, ich war's nicht Du wolltest den Astraler umbringen Können wir mal auf der andere Discord Von dem Deniz gehen Damit mehr Leute rein können Gruppe ist begrenzt auf 10 Echt? Ja Oh, Gott Jetzt werfst du erstmal den Deniz raus Ich war's nicht Ja, ja Ich weiß Natürlich was Egal, wie du es machen Dann war's der Arzt, gern Dann werf man die Ja, ja, ja Auf welchen Discord soll ich denn jetzt, ne? Ich check das Die Runde kriegt ihr bleiben Ich kann sagen, dass man die Runde drauf fertig spielt Und dann können wir in Ruhe gleich Ja, war's in einem Post, oder? Was wir in Zweigen Das heißt, ey Moin, moin Hallo Moin Wir sind gerade noch in einer Runde Und dann wechseln wir auf den Discord-Server von Deniz mit dem kleinen Pimmel Coolig Hat ihn im Mund Was ist denn los? Also Hey Okay, den hab ich nicht gefunden Aber Dieser Niki Hat gerade keine Anstalt gemacht O2 zu fixen Keinerlei Ja, ich muss mal fragen Der hat vor 10 Minuten Das erste Mal Moiners gespielt Ah Okay Dann Also der Der hat Welpenschutz Der ist noch neu Okay Was ich natürlich mit Rass machen kann Aber Wir hatten gerade oben gefixt War das ein Niki? Ich bin gerade oben gerannt Und dann war's gut Dann bin ich immer die Also Niki Niki hat in O2 gestanden Aber keine Anstalt gemacht Das zu fixen Okay Ich dachte Gut, wenn der neu ist Dann no front I'm sorry Aber Niklas Niklas, bist du's? Bitte? Bist du's? Du kannst du's sagen Du kannst du's sagen Wenn du's bist Ist es dir auch keiner böse Weißt du? Du kriegst keinen Ärger Ja Also wenn du's bist Du schweine Ich bin's nicht Weil ich sagen Ich kann's nur zinnen Weil Ich bin gerade noch Bei den Niki Und der Paul Waren bei O2 Haben's gerade getickst Und weil's gerade fertig war Hab ich den Fakt 10 Sekunden noch Und bin schnell zu Atmen gerannt Aber da kam der Julia Bei mir entgegenhaft O2 gefixt Also ich muss sagen Ich habe keinen Schnellen gesehen Aber es war ja nicht Ganz am Ende Deswegen kann ich hier Weder einen safe Noch eins Weiß jemand Wo die Leiche ist? Nein Also sie kann nicht Sie kann nicht Bei Navigation liegen Geht nicht Da bin ich gewinnt Da war keine Leiche gewesen Das heißt Sie müsste irgendwo links liegen Wo kam ihr dann alle her? Also ich Wo war ich denn? Jetzt lass mich mal kurz überlegen Jetzt will ich talk Ich war in Storage Dann war ich Electrical Und dann war ich Storage Und dann bin ich ultra dumm Nach links gelaufen Weil ich dachte Das wäre Reaktoren statt O2 Und dann bin ich nochmal komplett zurückgelaufen Nach Reaktor Nach O2 Und da war ich ganz allein im Admin drin Und ich habe währenddessen Nicht eine Person gesehen Das ist meiniges Ich kam von Upper Engine Ich kann Nicky nicht schützen Er mich aber auch nicht Ich bin einfach nur Bei Julian Ja Achso was? Ich muss jetzt echt vorsichtig sein Und dann bin ich Und dann bin ich und schon jungs macht nichts macht nichts macht nichts macht nichts macht nichts ich muss irgendwie ich muss mich mal wie sieht es mit mir fast ich wollte nur sicher gehen kurze lang besprochen dass keiner umgekommen ist in der zeit wo ich gerade elektrisch war und wie sich doch alle miteinander umgelaufen ich weiß nicht genau was machen ich muss klinik auf jeden fall noch und noch mal das niklas wie sieht man bei dir mit den kasten hast du das auf dem schirm jahre ich bin durch okay und auch durch mit meinen tats denn wenn ich wenn der upload ist nicht abgebrochen ist durch dieses beating es kann sein dann muss ich noch upload denn das adrian lehrer und das wird richtig kritisch ja alles wird alles wird es wird halt einfach verfickt kritisch jetzt ein zu killen ein weil ich jetzt noch mal dieses verfickte dings habe ich bin cool da und er halt einfach viel zu lange ist für alleine jemanden zu killen ich bin auf jeden Fall Das war's. Ich wollte dich gerade killen, Alter. Ja, aber der Kill-Coudown ist viel zu lange gewesen, jetzt allein noch irgendwas zu machen. Ja, das stimmt, das stimmt. Das war unmöglich. Lass mal den, lass mal den, lass mal den, lass mal den, den komm ich nicht mehr an den Discord. Ah, ich hab Link direkt geklickt. Kill wartet seit 30 Sekunden, ist das schon lang? Ja, ich mach, äh, mach rund. So. Moin. Hallo. Ach, sorry, ich bin im Function. Meine Güte. Danke für den Move, ich war irgendwie ausversehen im falschen Channel. Ich dachte gerade, hä, wer ist denn das? Hallo. Hallo. Ai, ai, ai. Der Arfa, ne Lord Schludenegger. Haben sie auf erotischen Content? Eventuell. Kommt ganz drauf an, ne? Ich hab jetzt ein neues Investment, Alter. Bin mal gespannt, wie die Rendite ist. Was wäre? Ich hab nen Puff. Oh, meine Puffmama heißt Laila. Mal gucken, wie der Unternehmerzins da ist, ne? Hier fehlen Leute im Discord. Aha. Hallo. Hi, Kuku. Wir sind jetzt ja alle drin, ne? Nee, fehlen noch zwei. Ah, den Tim Chiller, den hab ich gerade noch gesehen. Und, äh, Adi, ähm, wie krieg ich denn die hier hinzugefügt? Nein, die müssen einfach mal von hinten wegklicken. Ja. Ja, ich bepflanze, guck mal. Alter, das ist irrt. Ehrlich. Was denn? Komm, ich bepflanze. Das ist eher so hässlich, Alter. Ich fahne Steakmaschine oder Pflanz. Ich fahne Steakmaschine oder Pflanz. Ich fahne ich gerne. Trouble in Terrorist. Ah. Ja. Ja. Da muss man aber aimen können. Mach es. Mach es. Das gleiche Spiel wie hier. Mach genauso Spaß. Was hab ich? Ich hab das noch nie gespielt. Ah, ja. Aber ich weiß auch noch, wie du es funzt. Am erstes Mal, ne? Können die mich hören? Mhm. Ja. Alter, der Discord ist so ein Buhren, so ein Ding. Bin der richtig? Ja, jetzt bist du in der richtigen. Ich glaub, nur Adi ist noch nicht da. Ist der Stefan da? Aber Adtren ist auch hier. Stefan ist da, aber Adtren ist gut. Ja, ich bin da. Ich bin da. Perfekt. Ich bin jetzt alle da. Neun Leute. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Ja, es sind alle da. Let's go. Let's go, der Hase. Ja, bin da. Ja, da ist er doch. Ja, da ist er doch. Der einzig Wahre. Ich bin Imposter. Jo, Julian rauskicken. Ich bin's, ich bin's, ich bin's. Jetzt einfach aus Asozialität Julian rauskicken, fänd ich cool. Navigation, Weapon, Electrical. Dann starten wir doch einfach mit Electrical. Gehen dann rüber in NAV. Eins. Zwei. 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 So. Ach. Das ist ja fast perfekt, Alter. Das ist ja fast perfekt. Mit den Missionen heute. Ich mach mal die Cam oben rechts hin. Ups. War das Falsche? Weil, genau. Dann seht ihr nicht auch die Tasks, die wir noch machen. Ich. Perfekt. Jetzt gehen wir in Navigation. Perfekt. Ich dachte gerade schon, wir sterben. Aber nein. Äh. Eins. Zwei. Drei. Fünf. Sechs. Acht. Neun. Zehn. Elf. Zwölf. Dreizehn. Vierzehn. Fünfzehn. Oh. Einer ist durch. Wird. Einer habe ich verpasst. Dann haben wir die Sicherung umlegen. Bei Cavitee und Maria. Die. Friars fixen. Dann Security. Dann lass uns doch mal dauer rüber gehen. Was denn los hier? 9. 8. 7. 2. Ja. Bin, ich wollte gerade zu O2 laufen. Lauf von unten, steht auf zu O2. Dann laufe ich an Navigation vorbei und genau in den Gang liegt die Leiche. Also zwischen Navigation und O2 oder was? Genau, aber der Gang zu Navigation hin. Ok Aber so mittendrin halt Nix so versteckt so mittendrin Der muss sehr, 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 sehr frisch sein Weil ich bin von Navigation zu Weapons gelaufen, hab da die 20 Stunden Asteroiden gemacht und dann in die Cafeteria Wires fixen und dann auf dem Rückweg in O2 um O2 zu fixen und hab den nicht gesehen Also der muss sehr, sehr, sehr frisch sein Also entweder Julian, weil der war vor mir in O2 und der ist nicht mit mir gelaufen oder halt Self Report Also ich war O2 fixen und dann waren, sind zu mir gekommen gerade, ich meine, es waren Leon, Adrian Wer noch? Und ich, ich bin von oben gekommen mit Leon Ja, auf jeden Fall war ultra viel Betrieb und dann sind wir alle nach rechts und da war die Leiche Also beziehungsweise ich war noch gar nicht rechts, ich war noch bei O2 und wollte gerade mitgehen und dann wurde die Leiche reported, ich hab tatsächlich aber nichts gesehen Also ich glaube ich war übrigens alleine Electrical und dann hab ich meinen Task gemacht Niki, du warst mit mir Beim Reingehen hab ich dich aber nicht gesehen Ich war ja schon hingewendet Du bist oben gewendet Ich war ja gewendet, wolltest du sagen, ne? Aua Mein Down-Out hab ich gerade gemacht oben links und dann kam Niki von unten hoch von Elektrical Glaubst du, du hast den Down-Out gegangen? Ich hab gesagt, ich habe meinen Down-Out Ich weiß nicht, ob du mich nicht gesehen hast, weil ich hab dich auf jeden Fall gesehen, weil du um die Ecke so saug um mich gestanden hast Also irgendjemand ist kurz vor Ende wirklich in Elektrical Zwei Leute waren dort Ja, ich war die ganze Zeit dort und dann kam Niki unten rein Und irgendeiner war noch Storage an dem Download-Ding oder an dem Ding, wie heißt das mit dem Hier, wie heißt das? Wires Ja, was machen wir es gibt Naja, klar müssen wir ja Aber stopp Habe ich gewohntet Warum sind Clip und Leon raus? Ich hätte noch Fragen Die haben momentan hat halt scheiße Okay Ja, 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 ja Ja, ja, ja Ja, was ist los? Äh, Paul, was willst du? Ich hab meine Tasks fertig und möchte nicht alleine rumlaufen Ui Wie schnell hast du nur deinen Tasks fertig, Alter? Meine Tasks waren perfekt Das ist schon noch zwei Ich hab noch drei, Alter Meine Tasks waren perfekt Alle, es waren zwei Navigation, zwei Weapons Und einer, wo ich ein bisschen laufen musste Das war dieser Wirefix-Scheiß Aber der war von Navigation zu Weapons Und dann Cafeteria Und nochmal Security Also, perfekt Ich hab noch einmal Download bei Admin, Alter Ich hab noch einmal, glaub ich, Wires bei Stowage Und, ne, es ist noch ein Dingscontainer-Benzin Ich hab ein Lower Engine Hab ich noch das Ding Ich muss noch zu kommen Und so Antrieb oben Stopp, ich hab aber trotzdem noch Eine kurze Frage gehabt Wegen eben der Runde Ähm, wie Reaktor anging Reaktor? Ja, ja, ganz am Anfang Ist jeder nach links zum Reaktor gerannt Außer Adrian Der ist rechts nach Navigation gerannt gewesen Warum? Hey, so war das jetzt Ich bin zu Reaktor gelaufen Und dann wurde er gefixt Und dann bin ich zu Elektrik Also ich war Antrieb unten Und wollte halt auch den Weg zu Reaktor Und dann war er halt schon repariert Also bei mir war es so gewesen, dass du Stowage mit mir her hingang bist Dann hab ich rechts Richtung Shield gelaufen Stowage ist, war es nochmal? Lager, ne? Lager Ja Ja Ne Ja, okay, dann ist es gelogen Ja, dann ist alles klar, Oleg Auf keinen Fall, Digga Also ich war von Elektrik zu Antrieb Und Und Weil der Kill eben halt ein bisschen älter war Also ich saße dich jetzt nur Ich sag jetzt nicht, dass du es warst Aber ich saße dich dann, weil du Weil ich hab gesehen, dass du Richtung Shield gelaufen bist Kann er sinn, dass ich dann weg war Und du halt wieder da oben gehörst Und dann halt richtig Reaktor bist Aber Reaktor war mir halt nur Julian war ohne Ich war oben direkt Ja, aber wir wissen jetzt eh nix Lass das jetzt gehen Ey, ich saß ihnen nur deswegen Weil die Aufgaben sind eh gleich vorbei Mach die Tat fertig Ich muss noch zu Reaktor und zu Türke Ja, ich muss noch zu Oberer Antrieb und Communication Ich bin fertig Niki, was waren eigentlich deine letzte Tasche, die du gemacht hast? Meine letzten Nein Braucht aber jemand ein bisschen lang Geh weiter Digga, ich kenn mich noch nicht so aus Ich bin sofort nochmal da, joh So, hallo So, jetzt bin ich nochmal da 0, 6, 3, 6, 8 So, hallo Paul muss wirklich wieder anfangen zu nerven mit Ludo Nö, aber Wir sind Ich würd grad gern Big Size zassen Weil der einfach nicht Auto gefixt hat Moin Tobi, hi, schön, dass du da bist Ich muss mich gerade dran erinnern Wer mit mir Security gelaufen ist Am Anfang Ich glaub das ist nämlich auch Das war irgendeiner von den Dornen Ich hab gerade Auto gefixt 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 Big Size macht Sinn Das war eben nämlich Ah ja, sorry Nein, bin ich so doof Mein Fehler, mein Fehler Wir standen gerade gemeinsam admin Und haben das untere Auto gefixt Mein Fehler, sorry Sorry Wollte ich grad sagen Sorry Habe ich direkt hoch geraten Habe oben gefixt Sorry Die Paypal Überweisung Mein Fehler, es wird mir leid Das ist die Paypal Überweisung Okay, dann ist es aber safe Ich hab oben gemacht Obwohl noch vier Sekunden übrig war Auf der Uhr Wieso bin ich denn jetzt Weil du mich gerade gesagt hast Obwohl ich unten und oben Auto gefixt habe Nein, nein, nein Ich habe gerade gesagt Ich bin mir nicht sicher Ich habe hier niemanden gesagt Ja, ja Aber wie gesagt Also Ich hab nicht dein Name gesagt Also wenn ich ein Poster wäre Der würde niemals Auto fixen Wenn noch vier Sekunden auf die Uhren wäre Nö, der würde faken Richtig Und was habe ich gemacht Ich hab fix Ah, Schule ist immer Ich weiß nicht Ich weiß nicht Aber zieh durch Ich bin hier direkt nach links Security gelaufen Wir sind da mitgelaufen Ich bin da mitgelaufen Ich bin da mitgelaufen Ich nicht Ich war nicht Ich war nicht Die Leiche ist halt bei Security Direkt vor dem Bildschiff Wie ist schon immer? Da hat jemand gestorben Da ist Ja, ja Wir hatten ja reported Aber ich kann halt Adrian gar nicht zuordnen Das Anzassen Ich war beim Reaktor halt so Was für Anzassen Ich hab nichts gesagt Ich hab mir gesagt Ich glaube es war einer von den blauen So ich weiß noch nicht wer Ja Also ich hab auf jeden Fall grad Auto gemacht Und ich wärs Game Sprung Naja ich bin fertig mit meinem Task So ich bleib jetzt an deiner Backe Ich hab jetzt noch zwei Stück Ammo Storage Ohne das Aufhöhlen mit dem Öl Und dann Ammo und Lower Engine Ja Digga dann einfach Arschbacken zusammenkneifen Auch wenns nur die Motivation ist Ziehs wirklich einfach durch Wirklich Kann ich dir nur empfehlen Das ist das Besser was du machen kannst So ich muss jetzt mit der Gruppe mitlaufen Weil ich hab halt keine Tasks mehr Äh 0 7 8 5 Äh Paxen Ja Wie was war das Ich war bei O2 Achso Ich war besser zu bei O2 was Und die leise Augen Hä Digga ich bin grad mit BigDickSize Richtung Reaktor gelaufen Bin dann mit ihm richtigen Admin Er ist ein Admin rein Und ich bin O2 Hä Also bei O2 Drehs ich Im Reaktor und ein Control dazu Ich wollte grad den Code eingeben Bin grad fertig Und einmal seh ich Ne Leiche Aber nicht vor mir Ich war ja da Ich bin ja gerade erst O2 gelaufen BigDickSize ist dann mit mir rumgelaufen Der kann mich doch so Proven Das ist ganz andere Rechnung Machen wir mal so Wer ist denn alles mit mir am Anfang so Richtung Storage gelaufen Ich Julian dabei Ich bin dabei Und da war der Adrian dabei gewählt So Das heißt Niklas war nicht dabei Und Niki war nicht dabei So danach ist O2 angang Nächsten Hochgang Shin Schiller war schon im Admin drin Und hat O2 gemacht gehabt Der Ends wie der nicht bei uns war war Niki So und dann hab ich Paul Hochrenner sehen Richtung Weapons Richtung O2 oben Und Julian du warst dann schon oben bei O2 Genau Mit dem Adrian Ich war grad im Fix drin Und dann bin ich Also Fertig oben gefixt Und dann bin ich Toll halt auch Entschuldigung im Fix drin Ey gehts weiter Im Fix drin Äh ne wir sind nur eine Runde Ähm Und die Leiche runter Also kann es theoretisch nur Einer von euch beides Wir sind aber zu Genau Das heißt jetzt zu voten Wär doch eigentlich schwachsinnig Bei 5 votet man nicht Ja Deswegen Aber tatsächlich glaube ich Dass ein Imposter schon raus ist Ja ja Dennis Denk ich war's Sonst wär's Sonst wär's Sonst wär's glaube ich Sonst wären viel mehr Ja ja Ne Dennis war's gewähnt wahrscheinlich Weil Adrian Weggelacht Also dann saßt mich Und Paxen an Oder Also Ich weiß Es muss Paxen gewesen sein Wie gesagt ich war im Fix drin Es wird wahrscheinlich Jetzt nochmal O2 angehen Da wird schon nochmal Killfaller Deswegen wäre es besser Wenn wir in Zweierteams rumlaufen Am besten Julian mit mir Wenn ich sterbe Ist es Julian Und der wobei Paul stirbt Ist halt Paul der Engel Okay Wir sind aber zu fünft Naja deswegen Und der 1 Tim muss halt noch irgendwo sich anschließen Damit er reporten kann Wenn O2 angeht Das war schon sehr sass von Julian gerade Also Ich hab erstens keine Leiche gesehen Hab O2 gefixt Also Äh 6 8 Es ist zu 100% Es ist zu 100% Julian Es ist zu 100% Julian Zu 100% Es ist zu 100% Es ist zu 100% Julian Es ist zu 100% Julian Also Junge das hast du vorhin Ich verspreche euch es ist zu 100% Julian Daniel Es ist zu 100% Julian Es ist zu 100% Julian Auf Wiedersehen Es ist zu 100% Die Runde vorher bei O2 ist halt einfach klassischer Selfie-Pod von dir. Bitte? Wie kommst du jetzt da drauf, Niklas? Weil bei dem O2-Fixen noch vier Sekunden waren und dann wurde auf einmal die Leiche reported. Solange wie du angeblich O2 gefixt hast, frage ich mich... Junge, ich bin doch kurz... Hey, was laberst du? Danke, Niklas. Ich bin doch kurz vor... Nee, was laberst du? Ich bin doch kurz vor... Wir waren nicht von Anfang an bei O2. Wir sind hochgelaufen, als ihr recht reingelaufen seid. Ich gehe auf Selfie-Pod von dir. Nee, das ist aber falsch. Danke, das ist richtig. Mach's aber, dann verlieren wir. Das ist 100% Paul. Niki, du musst noch voten. Niki, triff die richtige Entscheidung. Hör auf dein Herz. Hör auf dein Herz und hör auf dein Bauchgefühl, wie mein Chef immer sagt. Oh Gott. Du musst jetzt voten. Niklas und ich sagen, es ist Julian. Das war die richtige Entscheidung. Danke. Ihr seid ein Haufen Poli-Idioten. Ihr werdet sehen, was ihr davon habt. Julian, aber jetzt bitte nicht wieder so beleidigt sein und ihre Trupe verlassen, ne? Ja, ich gehe direkt raus. Weiß, weiß, weiß. Alter, Jungs. Jungs, Jungs. Leon war der andere. Ja, also Leon war der andere und ist direkt rausgeflogen. Was soll ich denn allein machen? Ja, ich war... Ja, war eine gute Taktik. War eine gute Taktik. Muss man in der Lanzung. Ruf für mich bei der Telekommand, dann bist du weit gekommen. Weil wir kommen an. War eine gute Taktik. Ja, die Quiste verdächtig sind. Ich war doch tot. The Code. Er code ist... Also unnötig, dass du das... Das Witzige ist, Alter, dass ihr mich bei den Killern Adi noch eine Frau ausgewählt habt, war die größte Freche. Ja, also wirklich. Also der Kill war wirklich sprechend, was geiles. Ja, ja, ich war admin, aber das war... Also die Aussage war gerade bezogen auf zwei Runden vorher. War auf zwei Runden vorher. Hättet Niklas, da hat du mir überredet, dass es 2-2 steht, da hätte ich den anderen gekillt, Tintilla. Dann hätte Niklas überredet, dass du Paulus, dann hätte ich das Ding gehabt. Was ein trägiger Bastard. Gott sei Dank ist Niklas nicht so leicht zu belabern. Schade, wären wir zu zweit gewesen. Also wären wir auch da gewesen. Hätten mal gute Schauen gehabt. Also mit Wolkan. Wollte gerade sagen, Wolkan ist noch da drin, Wolkan. Fette Sau. Alter, Paul, wie du gemacht hast, Big Dix-Eye ist ein Starz, ist mir so großartig. Ja, ich hab das... Ich bin echt so sorry, das war doof von mir. Ich hab einfach nicht geachtet. Ich hab vergessen, dass deine... Ja, sorry. Nicht so gedacht, Alter, ich hab gerade Autou gefickst, war auf vier Sekunden auf die Uhr, Alter. I'm sorry, sorry. So, wir können loslegen, oder? Wir sind in neun. Ja, ja, der Wolkan fehlt noch. Ah, okay. Aber Adi weiß, was mit Wolkan fehlt. Ja, alles gut, alles gut, Hubi. Hab ich mir gedacht. Da war doch schon ein Discord drin, den hab ich ja vorhin von mir. Der ist auch noch drin. Ich sehne auch noch im Discord drin. Dann ist er AFK. Komm, dann starte. Ja, der hat ja vorhin... Der kam ja gerade vorhin schon rein, hat Hallo gesagt. Warte mal kurz. Ah. Ja, ich spreche an. Oh, der muss ich direkt mal leiser machen, Alter. Hast du den Code Wolkan? Nee. Warte, ich schick mit dir. LKLVTF. Oder so. Eine Minute, mein Spiel startet gerade. Niklas, streamst du nicht? Niklas ist muted, okay. Schade, schade. Das wär ewig gewesen, hätt ich das Ding geholt. Ja, ich hätt's dir gegönnt, Alter. Ja, ich hab alles gegeben, aber das Problem ist, ich konnte wirklich viel machen, weil... Ja, das glaub ich wirklich direkt... Ich hab den ersten Kill gemacht, das war ich. Und dann ist Leon glaub ich direkt rausgezogen. Ja, Ehre, Tobi, Ehre. Ehre, Ehre, Ehre. Das war auch geil. Ich hab Navigation, einen Clip weggemacht. Geht dann so, tu fixe schön, es kommen ganz viele Leute zu mir, alle chillen mit mir, ne? Und dann wird irgendwann erst die Liste entdeckt. GG ist in den Chat. Volker, mach Schmeter, oder? In den Chat? In meinem Chat steht noch kein GG von dir, Digga. Junge, mein, äh... mein Internet ist schon... Piero! Was geht? Ja, ne? Nee, Piero. Nein, ich kann mit Piero nicht mehr reden. Das geht nicht. Wir sind immer mehr befreundet. Ist Piero da? Ja. Ingekommen, ja? Ein, ignoriert den Typ. Der Wichser spielt League of Legends, Alter. Komm schnell rein, Piero. Okay, okay. Ich komme, ich komme. Daddy. Schönen und drehen? Nee, ne? Nee, ist nicht drin. Okay, warte. P, K, L, V, D, F. Den muss ich leiser machen. Jawohl. Ich lecke mich ja mal. Porno, kacken, lecken. Äh, soll mir noch einen lang... Na gut, oder? Das passt. Perfekt. Janik ist es. Ein Mann aufm Scheißdeck. Janik first rausworten, danke. Perfekt. Adrian. So eine Scheiß. Direkt wieder Crewmate, Alter. Weißt du, in der ersten Runde bin ich im Poster. Und dann... Nie wieder. Nie wieder. Ich komme auf Pornos gucke. Dann... Gute Runde. Newton. Ja, elf Leute. Sichi, digi, sichi. Nur so macht es Spaß. Wir machen hier ordentliche Runden. Boah, Electrical muss ich aber hier eine Runde, volle Runde legen, Alter. So, als nächstes müssen wir zu Security. Security. Reaktor müssen wir auch starten. Ah, komm mal. Perfekt. Hier einmal umlegen. Reaktor einmal diese Zahlenkombination... Äh, nee, 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 nee. Diese Bim. Oh, fuck. Ich habe... Falsch geguckt, Alter. Hä? Dö, dö. Dö, dö, dö. Ö, 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 ö. Ö, 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 ö. Perfekt. Ich hasse diese verfickte Mission, Alter. Jetzt sterben wir alle wegen Oxygen, oder was? So eine Kacke. Ich bin leider gerade nur am Handy, sonst wäre ich auch dabei. Ja, Digga. Alles gut. Macht dir keinen Stress. Oh, okay. Ich habe eh zu Auto gemusst. Dann passt das ja. So, dann lassen wir gerade noch, äh, Storage, Fixed Wire und Admin. Ja. Dann gehen wir erst in Admin rein. Einmal hochladen. Komm schon, mach. Ah, cool. Ich kann die Mission von hier feiern. Auch cool. Auch cool. Das ist keiner. Gut. Dann geben wir gerade noch Fixed Wire. Also. Also jetzt. Leon. Also jetzt. Leon hat das Clip gerade vor mir und Julian gekillt. Also. Wir geben dir jetzt die Möglichkeit, dass ich dich stelle. Dann, ähm. Ist die Strafe vielleicht weniger, äh, hart. Leon, hast du noch was zu sagen? Das ist Glasglar wie Klosbüro. Leon, musst du dich entbieten? Also der war jetzt wirklich, also der war, also. Ja, der war, der war, der war so, der war so offensichtlich, dass ich fast übersehen hätte. Leon. Ja, ich dachte, ich kann Paxen will mich gerade töten. Entmute dich. Ich wollte nur gucken, weil die Tür oben zu war, ob da schon eine Leiche liegt. Weil Leon eben komisch war. Was? Dann warst du Leon. Der war denn die Leiche. Unten bei Communication. Genau, direkt vor Communication. Aber er hat wirklich, jetzt ganz unabhängig davon, dass ich Paxen jetzt helfen will oder so. Aber er hat wirklich vor uns. Ich hab den gekillt vor Paxen und mir. Wir kamen gerade, wir kamen rein. Ja, was ist denn, ja, was ist denn mit dem Leon, Läußer, denn? Der ist unten. Leon, hörst du, hörst du? Ja, jetzt, Digger. Jetzt, meiner Meinung nach, ich war nämlich gerade bei Security, bin runtergelaufen und ich glaube, er ist eigentlich eine Sekunde vor mir da runtergelaufen. Adi ist es, Adi ist der zweite, Adi ist der zweite. 100% Leon. Also, 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 Bruder, Bruder, die Diskussion ist gar nicht mehr, ob Leon es ist, es ist nur einfach, wie dumm er ist und du versuchst ihn gerade zu retten. Also, also, es war ganz klar Niklas, Alter. Okay, wenn ich's nicht bin, mach Janik raus, nächste Runde. Einfach zu safe. Oh, wie? Adi raus. Adi als nächstes. Adi als nächstes. Nee, Big Dick. Also, mal, mal. Niki. Guck mal, guck mal. Niki, wow, turn. Ich zieh dich jetzt mit, Janik. Ich zieh dich jetzt mit. Janik ist zweit in der Postock. Mach das, Leon. Ich war AFK, also, mir ist es egal, ich geh da runter. Janik war AFK. Ja, ja. Also, der war jetzt auch taktisch, äh, unclever, der Kill. Ich muss nur noch Navigation Wires fixen, dann bin ich wieder fertig. So, fertig. So, fertig. So, fertig. Alter Leon, du gehst mir so auf den Sack. Alter, Junge ist das safe. Äh, ich hätte dich grad bei Navigation töten können, hä? Du wolltest mich, warum bist du mir grad näher gekommen? Nein, weil ich meine Tasks fertig hab und ich weiß, dass du safe bist, weil wir Leon gesehen haben. Ach so, und als ich fünf Runde um die Tisch gelaufen bin, du mir fünf Stunden hergelaufen bist und du dann mich abfangen wolltest, als Richtung Notfallbutton wollen? Ich bin hier hinterhergelaufen. Aber ich kann für diese Runde der Volkan safen und der Arteon. Danke. Aber Jampyro ist trotzdem tot, Jampyro und Klipp sind tot, also sind zwei Leute gestorben, während wir... Nee, Klipp ist rausgeflogen. Ach so, okay, das hab ich nicht gesehen. Der war schon tot, der war in der ersten Runde schon tot. Hä? Echt? Ah, okay. Sorry, aber Jampyro ist gestorben. Ja, stimmt. Wo ist denn der gestorben? Paxen? Bruder, ich war doch bei dir! Wo ist er gestorben? Wo ist er gestorben? Das weiß keiner, ich hab ja Emergency gemacht. Ach so. Ah, perfekt. Äh, kurze Frage, was ist eigentlich mit dem Thriller? Der ist mir halt verdächtig ruhig. Ja. Ich lauf die ganze Zeit nach oben und mach meine Tat. Okay, sass. Er macht nichts, er sass! Er sass! Er sass! Ich muss in Navigations den Strom umleiten, diesen Schalter umlegen, dann bin ich fertig mit meinen Task. Du musst mal einen anderen Schalter umlegen. Also, ich weiß jetzt so, seid ihr schon alle fertig mit euren Aufgaben oder was? Ich ja. Ich bin schon fertig. Ich bin auch, ich brauch noch eine Aufgabe, dann bin ich auch fertig. Sofern jetzt wegen dem jemand. Ja gut, so ist der, der Clip oder der Leon, ist in die AFK oder warum geht da nix um? Wir sind rausgeflogen. Clip und Leon sind rausgeflogen. Wegen Internet. Nein, Leon haben wir rausgebotet. Ja, wir haben wir eh rausgebotet und ein Clip wird getötet von Leon. Ich brauch noch 3 FHs, weil ich war AFK in der ersten 2 Runde. Ja, Yannick. Also, ich brauch noch eine Task, aber alles gut im Poster. Okay, weil, Yannick, ich hab irgendwie nix gesehen. Ich hab mich ja die ganze Zeit verfolgt und hab auch nicht gesehen, dass er in der Buch gegangen ist. Ja, aber guck mal, wir haben kaum noch Task. Mach die Task. Yannick, wähl jetzt. Wilde Julian draußen gut ist. Junge, welcher Spaß hat mich jetzt gewählt? Paxen? Nope, ich hab skip. Also, muss ich keinen AFK an und work on day. Julian, Alter, was der hat. Ich weiß, der geht mal auf den Piss langsam. Endes wie was. Endes wie was. Alter, wer macht denn seine Tasks nix? Wer ist denn nicht da? Niklas und? Ja, es war Niklas, oder? Wer war's denn? 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 Julian, Alter, was ist denn dein Problem? Wer ist nicht? Ich verstehe das Spiel nicht, Alter, bin ganz ehrlich. Du musst die Leute abstechen, der Arme. Ich konnte nicht auf Killen drücken, ist das normal? Du hast'n Cooldown. Ja, es war kein Timer mehr. Du musst auch an der oder in der Person stehen. Wer stecht nah an dem Tramseh. Ja, du musst nah an der Person sein. Wer fehlt denn jetzt schon wieder? Niki ist drin? Ah, ja, perfekt. Ja, jalla, abfahrt. Wenn ich jetzt nochmal rauslege, ich bockse in dein Bildschirm. Alamu alaikum, meine Brüder. Ich bin hier mit den Jungs. Und dann der Dritte. Zuerst steche ich in sie rein. Janik hat's Thümern. Ja, ich hab's Thümern noch. Janik. Im Poster, ich hab' Bock, ich hab' Bock. Oh, Jungs, ich hab' so' Bock. Ich hab' so' Bock. Ich hab' so' Bock. Ich hab' nur noch eine ganz kurze Frage. Ähm, Janik, versuch ich eigentlich mit deinem Name irgendwas zu kompensieren? So, oder? Halt's Maul! Komm! Mütig! Joa! Moin! Clip! Clip! Warum bist du da grad aus der Tour rausgekommen, wo die Leiche war? Nee, da war ich gar nicht. Ach, lol! Du kommst grad aus meiner Richtung! Nein! Ich... Warte, warte, warte! Ecken mir, dass mir Kehr kommen ist, ist das Navigationrennen. Für dich, ja klar. Ich weiß nur, dass du raus bist. Und... Ich wollte meine Kehr machen, auf einmal sehe ich unten rechts einfach noch... Ich kann Report drücken. Und ich so, hä, wo, wo? Guck' ich so, und dann, ah, gut. Ist das passiert, nachdem du Kehr gedrückt hast, das mit dem Report, oder? Mir ist eine Kehr kommen, der ist Richtung Navigation gerannt. Das weiß aber kein Falschfahrer, oder so. Ist der gerannt? Nein, das war... Das war ich tatsächlich. Scheiß Mama. Wer war das? Ach, das ist der... Ach, das ist der... Ich bin Richtung Navigation. Da! 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 Und dann ist der Clip mir entgegengelaufen. Das ist der Clip. Hallo, hallo Niklas! Richtig Clip. Richtig Clip. Wie oft... Wie oft... Wie oft gerne ich rausgeschmissen? Ich bin's nicht eigentlich immer. Maybe next time you also on the winning team. Stimmt schon. Das ist halt leider... Clip liegt so oft raus, ne, ist es nicht. Aber ich auch, muss man dazu sagen, weil ich immer... Ach du... Ach, Alter, Julian, du hast es auch verdient, Alter. Du hast verdient, das hier beim Hände welchen der Ärmel runterrutscht. Fertig aus. Oh, ja. Eure Neid macht mich stark. Julian. 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 Hey, der ist es... Du musst noch voten, Bro. Nein, du musst noch voten. Was ist das Volkan? Hi. Hi. So. Hey, macht's gut. Das ist doch falsch. Größte Captain. Ja, dick ist es. Ja, dick ist es. Alter. Oh. Ich würde gern... O2 manipulieren. Wie sind denn die ganzen Leute? Wer? Wo? Die Leiche liegt in Reactor an der Task in der Mitte. Und ich habe sie fast übersehen, weil sie auf meinem Bildschirm fast nicht drauf war. Ich habe bei Security diese Task gemacht zum Quadraten. Ja, da war ich auch gerade auf dem Weg hin und vor Reactor war Chinchilla. Ich weiß. Ich wollte gerade runterlaufen zu Electrical, meine nächste Task machen und dann habe ich gerade noch so am Bildschirmrand die Leiche gesehen. Also das reicht mir schon als Beweis. Da hätte ich mal eine Frage. Da hätte ich mal eine Frage Chinchilla. Ähm, du hast mich unten gesehen bei Electrical, oder? Wir waren da irgendwo in der Nähe zusammen kurz. Ja, du bist hoch abgebogen in Electrical, richtig. Genau, da frage ich dich, warum hast du denn die Tasks in Electrical zuerst gemacht? Ist doch egal in welcher Reihenfolge ich die mache. Ja, aber gut, wer läuft denn nach Reactor, um dann nochmal zurück nach Electrical zuerst? Wenn ich da gerade noch meine dritte Tasks vom Quadraten machen musste. Ähm, Entschuldigung, andere Frage, andere Frage. Bei Reactor ist doch gar nichts zum Quadraten. Ähm, doch bei Security. Achso bei Security. Ah ja, stimmt, sorry. Mein Fehler. Niklas hast du Tasks in Admin und in Storage gemacht gerade? Genau, mit dir gleichzeitig, ja. Richtig, deswegen wollte ich gerade nur drauf hinaus, weil er hat mit mir gleichzeitig fertig und immer, also das kann ich eigentlich nur machen, wenn da wirklich Crewmate bist, äh, die, die Wires, haben mir gefixt gehabt, immer bei Storage und dann direkt Admin und das gleichzeitig von der Zeit her immer. Also du beschwittst mir die noch unten rum in Communications und dann wollte ich gerade komplett durchlaufen, um die komplett fertig zu haben. Mhm. So, und du bist aber, glaube ich, rechts hoch. Ja, genau, von rechts dran. Also ich möchte jetzt niemand, ich möchte jetzt niemals lassen, aber, wenn du als Imposter kannst du keine Tasks machen. Wenn der genau nur wartet, bis du losläufst und mit dir losläuft, also das ist jetzt keine, also ich möchte, ich möchte hier niemanden sassen, ich war nicht dabei, aber es ist jetzt halt keine provable Aussage. Sollte ich gerade sagen, das wollte ich gerade aussagen. Ne, ne, das war ungefähr alles zeitgleich, also wirklich komplett zeitgleich. Ja, aber, wie gesagt, ich möchte, ich möchte halt niemanden sassen, aber trotzdem. Freunde, es wird spannend. Alter, alleine gegen so viele Leute jetzt noch anzukämpfen, das ist halt echt asozial schwer. Das ist halt asozial schwer. Ja. 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 Das wird halt echt spannend, Alter. Aber, also ich kann halt echt alleine eigentlich gar nichts machen. Ja. 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 Und ich war noch nie der ganze Zeit mit uns mitgelaufen mit Adrian, Leon und mir. Und das war мозぎhm. Und ich war jetzt noch dabei, ich war oben links. Am dickens noch meine letzte Tasker, daafft, dann sein die mitgelaufen. Äh, das reicht nicht mehr wie du weißt. Du bist mitgelaufen, Leon, der Paxen ist die ganze Zeit mit uns mitgelaufen, und das war's. Also und du hast jetzt anscheinend die Clear gesehen, Leon? Hm. Es kam irgendwie aus der Richtung, aber ich weiß, gerade entweder war Paxen und아니 ist Weil Wolkan rennt die ganze Zeit einzeln den Leuten hinterher. Ich hab das übelst genießt und dann hab ich die Leiche gesehen. Wolkan, muss ich auch sagen, war recht super sass, weil ich war ganz rechts mit Adi, Wolkan und noch jemanden und er hat Paxen aus, glaube ich, und er hat die ganze Zeit, er war rechts unten auf dem Vent und da ist keine Task, weil das weiß ich, weil an dem Vent ist sie nicht. Und er war auch nur ganz kurz, ist nur kurz hin und schon die ganze Zeit hinter mir, also in der Nähe von mir und ist dann vorne in den Gang gelaufen und es sah so aus nach dem Motto, er guckt grad, ob irgendjemand da ist. Also, also, ey, ey, also es ging Niki kann nicht komplett safen, der war elektrisch oben rechts in einem scheiß Ding an einem Schachtbrücke. Ja, cool, Brücke. Also, ich kann Julian safen, der hat Task gemacht in Navigation. Ich kann Wolkan nicht safen. Mit mir, mit mir zusammen hat er ich kann Wolkan nicht safen, weil das war ein Schacht gereinigt. Ich hab den Schacht gereinigt. Ich hab grad diese Koms rausgeschalten, bin ich grad von Electrical runtergegangen, läuft einfach von links nach rechts einfach Paxen und da war eine Leiche dann hinten drin. Die hab ich nicht gesehen. Erstens hast du mich die ganze Zeit beobachtet, als ich den Kanister voll gemacht hab. Hast du in den Ecken gestanden? Ja, richtig. So ein heimlicher Beobachter. Ja, so ein heimlicher, als würde der mir auf die Füße gucken wollen, weil er ja Füßebilder machen will. Also, ich glaube, es ist Paxen. Aber wir sollten skippen, weil es sind sieben Leute. Wenn wir jetzt einen falschen rausvoten und es passiert einen Topical, dann haben wir gelost. Jawohl, gut gesagt, Idioten. GG, wir haben gewonnen. Klipp und Paxen, danke fürs Spiel. Stimmt, Klipp war es ja safe, oder? Stimmt, ja, Klipp war es ja safe, oder? Ich hab eigentlich die Runde allein gespielt. Ihr könnt ruhig auf gar nichts. Ich hab die Runde allein gespielt, alter, weil mein verfickter Kollege kann nix. Was denn los, alter? Ich hab letztens A, eine Runde, alle Spiele müsste, ich glaub, wegen Leon. Und hab trotzdem gewonnen. Ja, aber nicht gegen zehn Leute, alter, nur bei der von Idioten Doof ist. Ich hab nicht gegen zehn Leute. Weil sie ja, wie schon lust? Also, ich wusste, dass du mich vorhin töten wolltest. Unten bei Lager, ganz am Anfang. Nö, wollte ich nicht. Da hatte ich noch cool, killcooldowns und über drei Sekunden. Du hast mich in der Ecke gelockt und wolltest mich vergewaltigen. Achso. Ja, das war aber nur wegen deinen geilen Füßen. Begen den Haaren auf den Zähnen. Die machen mich. Das ist es halt. Aber der hab ich nicht nur auf den Zähnen, auch am Arsch. Uh, jetzt wird's aber hier heiß, obwohl's ganz schön kalt draußen ist. Was bedeutet das, wenn ich Imposter bin? Da ist die Schrift blau. Ich war schon so long neben mir im Poster gewesen, da war Miley Cyrus noch an meiner Wand. Hehehe, haha. Hehehe, ja. Ich möchte Julian Zassen, er ist gerade mit mir, Reaktor gelaufen und dann, als der Countdown runtergegangen, ist einfach umgedreht und weggerannt. Ah ja, aber zwölf Leute vor mir gelaufen sind und ich schnitt der Meinung, dass nur noch zwanzig Leute bei Ding stehen müssen, wenn wir noch zwölf, ne, elf Leute. Wie willst du die denn gesehen haben? Wir waren zu zweit, Digga. Juma, weil vor mir die Leute gelaufen sind. Du und ich sind alleine gelaufen. Juma, du warst doch einen Meter hinter mir da so, oder einen halben Meter. Warum überhaupt Notfallmeeting? Ja, weil ich würde gerne schwätzen, aber jeder votet ja schon. Ciao, ciao, Tobi. Vielen Dank, bis dann. Juma, die Volkan reden. Also der Reaktor meld und war, Und der Einzige, der weggelaufen ist vom Reaktor, ist Dennis und Adrian. Ich wollte es nur mal gesagt haben. Ja, ich habe oben Waffen gemacht. Warum sollte ich runter? Du weißt, wie viele Leute da hingerannt sind. Ich glaube, genau zwei. Wärst du in Edmund gewesen, so wie ich auch, hättest du nämlich noch drei andere Leute gesehen, du geiler. Ich kann seine Lügen stören. Ich habe wie gesagt, ich habe zehn Leute da dran sehen, deswegen bin ich so umgedreht, weil ich dachte, Junge, ich muss jetzt nicht zu Reaktor laufen, nur damit ich nicht zu uns bin. Die haben ja einen saulang gebraucht, bis ihr Reaktor war. Ich war schon halb schon untergewehrend im Scheißdingen, das kann ich auch umgewehrend. Er war noch vier Sekunden auf der Uhr. Wer hat denn eigentlich da passiert? Ja, ich war unter, aber jemand hat doch mit mir unterrepariert. Ja, ich war noch bei dir. Ich habe achtgedacht. Stimmt, Niklas, ja. Ja, was mit dem? Okay, gut. Renn meinte, Adi wähl dich selbst raus, danke. Digga, also du hast nichts gesagt, außer dass ich nicht klingerat bin. Genauso wenig wie du. Ich finde das schon was man toll sagt. Ich bin ein Idiot, Alter, wirklich. Skipp, skipp, skipp. Klein-Kinder-Argumentation von dir. Vote, Adi. Achso, ja, meine, ich frau dich. Huch, sorry, I'm sorry, I'm sorry. Sag mal, wer hat mich gewählt, ihr Wicker? Wer hat mich gewählt, Alter, warum hab ich zwei? Ich hab gar nichts mit mir was noch zu tun, Alter. Also, anstatt zu skippen, wähle ich immer Julian. So ist mein Ablagepunkt. Äh, ich muss jetzt upper engine und dann einmal, zweimal electrical. Die upper engine-Task. Ah ja, da, okay. Dann lower engine, dann gehe ich grad electrical. Passt doch, perfekt. Wedi fast aufs Elge. Yalla, yalla, hoppsa, sabp. Perfekto. Ich slide, ah, guck mal, kann man ja auch grad machen. Sehr schön. So, einmal wires fixen. Ey, ich werd nur Elektriker, so oft hab ich Kabel verbunden. So, wir müssen Security, Navigation, Admin. Dann gehen wir über die Security Richtung Admin, fixen dort die wires, machen Navigation. Dann haben wir unser Fahrstuhl fertig. Einmal da imlegen. Bam, 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 bam. Dann laufen wir grad so Oxygen durch. Weil wir müssen ja eh Navigation. 8, 8, 9, 4, 4. Einmal da hin, einmal die Mitter machen und dann Admin-Fix-Wiring. Huch, das war falsch. Und dann nochmal Navigation. Oh, so ne Scheiße. Hätt ich Admin nur vorher gemacht. Hätt ich hin und her laufen müssen. Perfektoria ist zu. Und dann töten wir den Jampiro. Und doch nicht, ich bin leider kein Imposter. Mal sehen, was noch passiert. Und dann töten wir den Jampiro. mean, es ist das, was noch passiert. Bis zum Tag. Ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz, ich habe den Täter. Das ist Leon. Nee, falsch, nein. Echt hätte ich jetzt auch gesagt, der ist verdächtig oft auf dem Wind rumgelaufen. Ja, aber tatsächlich muss ich sagen, die Person, die mir gerade in Mad Bay reingewendet ist, möchten sie sich stellen oder soll ich sie überführen? Lieber Adrian, wie wirst du denn so schnell von das unten nach oben kommen? Weil ich mich gesehen habe, unten irgendwo, ich bin dann hochgelaufen Richtung Cafeteria oder sonst irgendwas und auf einmal ist mir aus Mad Bay entgegengekommen und dann ist man einmal komplett nochmal runtergelaufen zu Electrical und alle sind mir entgegengekommen wegen Lights und ich dachte mir, nee, im Moment, da war es safe, gerade ein Kill, entweder das ist Adrian, aber auch Niklas ist mir von Electrical entgegengekommen. Ich bin dann von Electrical entgegengekommen. Ich bin dann von Electrical entgegengekommen. Und wer war es denn noch von Electrical entgegengekommen? Ich bin dann von Electrical entgegengekommen. Ja, aber Adi ist schon, nee, ich glaube Niklas und Dings waren es noch Niklas, Big Dicks. Stop, stop, stop. Ich habe Kameras gekundet. Ich wollte gerade sagen, Dirk, was hast du denn dazu zu sagen? Ich habe die Kameras geguckt und plötzlich, obwohl niemand in meinem Raum war, weil ich die ganze Zeit, du siehst ja den Security-Eingang auf der Kamera, kam Leon aus Kameras raus. Das heißt, du konntest nur in den Raum gewendet sein. Ja, ich fand Leon auch so, der stand eben in Medbay die ganze Zeit auf dem Wend drauf. Und ich wollte die ganze Zeit den Knopf drücken, aber du kannst den Emergency-Button nur ein einziges Mal hauen. Ja. Also sind es Adrian und Leon. Ich war auch schon am überlegen, wenn ich das ein Notfallmeeting machen soll, weil Leon die ganze Zeit auf dem Wend war. Ja, ich stehe die ganze Zeit, hä, hä, was hat das damit zu tun, ob ich da auf dem Wend stehe? Ey, nein, du bist gewendet in den Raum. Was hast du gewendet? Was für gewendet? Ja. Okay, wortet ich mich raus? Worte ich mich raus? Ich mache mich raus. Was wolltest du denn sagen? Ja, weil, wie, was wollte ich sagen? Was meinst du? Ach, egal. Ja, ich bin die ganze Zeit mit dem Wollkern rumgelaufen, deswegen habe ich eigentlich gedacht, dass er mich, äh, äh... Das bin ich mit meinem Wollkern rumgelaufen. Wollkern stand doch natürlich von oben bis nach unten, du Jochel. Hey, gar nicht, ich fand- Doch! Alter, du bist so ein oben Sohn. Äh, 95677. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich habe nichts gesehen, ich habe nichts gemacht, nein Leon, ja Leon hat den Kinn nicht gemacht, wir haben nichts gesehen, weil es Licht aus war, ich habe nur angezeigt bekommen, Report Buddy, also Leon kann ich in diesem Fall leider rufen, leider, Adi ist raus, 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 Und es ist gerade ein Kill passiert, das heißt, Adi kann es nicht gewesen sein, aber bevor ihr alle wild rumvotet, wir dürfen jetzt so oder so nicht wählen, weil wir sind zu sitt, wenn wir einen falschen wählen und dann sind noch sechs Leute drin, dann machen die einen Doppelkill und dann haben wir direkt verloren, also egal wie, wir dürfen jetzt keine Person wählen Aber trotzdem, hallo, ihr könnt ja trotzdem mal sagen, was ihr gesehen habt Nichts, das Licht war ja aus Aber denkt doch mal logisch nach, wir waren zu dritt oder zu viert oben, also können es nur drei gewesen sein Leon, Niki und Wer war denn der vierte? Ich bin auch mit euch gelaufen Von Antrieb oben Ja, ja, ja Doch, der war dabei, aber ich habe ihn halt nicht gesehen Also Chinchilla und irgendwer noch kam von unten Er kam später von unten Also Pax, Niki und ich haben Leon ganz weit beobachtet Gian Papa kam später erst von unten Also ist es Chinchilla, Gian Papa oder Julian? Junge, was für Julian? Ich bin ja bei Antrieb oben mit euch runtergelaufen Wer hat denn noch keine Tasks fertig? Gian kam eigentlich mit allem der letzten Tasks Das verlaufe ich die ganze Zeit rum Es fehlen nicht mehr viele Tasks, wir müssen die Arschbacken zusammenkneifen, Alter Ich bin mit meinen Tasks fertig Genau, fertig Der Arme, Gian Papa kam doch von den Kills unten, wollt ihr mich verarschen? Ich bin doch mit euch runtergelaufen Nein War das ein Doppelkill? Also waren da auch zwei Leichen? Weiß ich nicht Aber anscheinend ist es ja schon Ah, ihr seid alles um die Tasks Also meiner Auffassung nach könnte es nur Chinchilla oder Gian Papa sein Weil wir waren zu viert und haben Leon gestalkt Naja, ich weiß So, ich habe noch eine Aufgabe, dann beobachte ich euch mal Ich bin schon die ganze Zeit fertig Und dann beobachte ich euch mal Also ich bin durch mit meiner Task Also Es leben sieben Leute Und wenn die zwei Wenn zwei Impostor noch drin sind Machen die einfach Double Kill Das war's Nein deswegen Nein Quatsch Deswegen ja nicht Wenn sechs Leute wären Dann wäre Double Kill Und dann wäre es mir direkt vorbei Ich verstehe nicht Warum Chinchilla direkt so Electrical gegangen ist Für die Lichter Ja Aber egal wie jetzt zu wählen Wäre Quatsch Wenn ihr die Lichter anmachen wollt Hä Hä Ja aber Weg davon Ja aber du gingst schon pre vor Zu Electrical Und dann ging die Lichter Ja weil ich doch mal was den will Digger Okay okay Moment Moment Und Chinchilla und Janpapa Kam eben von den zwei Toten Da hoch Von den Toten Ich war in den Camps Wie oft noch Ich war in den Camps Dann würdest du nicht von oben Umgekommen sein Junge ich hab doch gesagt Ich bin mit euch Von Antrieb oben runtergelaufen Nein du kamst ja erst später Ich kann gar nicht von uns gekommen sein Du kannst erst mal aus den Camps Und dann kann dir ein ganzer Zug an Leuten entgegenwünschen Ich weiß gar nicht wer da alles drin braucht Paul hat so abgestellig gehabt Das sind vier Leute Und ihr zwei wart alleine Aber das macht dich ein bisschen sass Weil was jeder weiß Macht keinen heiß Aber bei sieben Leuten Wählen ist Quatsch Weil egal wie Und wenn ich ein Poster wäre Würde ich ja darauf drängen Jemanden zu wählen Weil dann würde ich ja wollen Dass jemand gewählt So wie du es gerade machst Dann Papa Aber bei sieben Leuten Wählt man nicht Weil wenn zwei Geil statt passieren Das Spiel direkt vorbei Dann wer muss noch das Tars machen Wer muss das noch machen Ich bin fertig mit Tars Vielleicht bin ich auch fertig Dann lass jetzt alle zusammenlaufen Er hatte nicht mal Tars zu machen Ich Ah Junge wie immer Wählt Wolkan raus Einfach überlassen Wir gehen einfach alle Wolkan hinterher Leon Was denn Achso Junge wir hatten jetzt schon wieder mich gewählt War doch klar Fanta Der sagt ja Wählt dich immer Weil der Fett ist Wir gehen jetzt alle Wolkan hinterher Ja zwei Leute sagen nix Sorry ich weiß nie wo die Räume sind Rücken ab Mit ne Karte Okay ich habe Report gespammt Ja das ist Chantella Ja Raus mit dir Chantella Also ich gehe jetzt auf Leon und Julian Ich habe dich gerade gesehen Jemanden umbringen Ich habe extra Report gespammt So schnell kann keiner Report machen Ja Kill und Kill und Report gespammt ne Nein Und ich bin dem Punkt nach der Seite gegangen Damit ich es schön sehe Und Jan Papa hat sich extra schon so hingestellt Für den Double Kill bereit Weil er so anteasern wollte Ja wahrscheinlich Safe Also 100% Keinig ist Nuts und Chiller und Hä Ja du und Schiller Hä Ihr habt euch irgendwie die ganze Zeit gespammt Also die ganze Zeit Wir haben die Zeit Ich habe gerade gekriegt Ich habe mich gesehen Ja wir wissen ja wem wir rausworten müssen Ja was Wenn die Runde jetzt nicht rum ist Ja und dann Jan Papa Leon ist safe Dicker Leon ist safe Für Leon lege ich meinen Penis ins Feuer Ah dann ist das Ganz kurz Wenn ich der letzte war der noch Quests offen hatte Müssten die Quests jetzt nicht fertig sein Nee du musst deine Quests als Leiche noch machen du Trottel Achso Achso hat keiner von den Grad vorhanden mehr Quests oder wie Wollt ihr keine Quests fertig sind dann sind wir fertig Kill mich Kill mich Trau dich Kill mich Das war Piero Und Piero und Chinchilla Ja Chinchilla Also Chinchilla hat der Kill haben Bei der geringen Anzahl an Tasks Immer Dauer Wie die Leute miteinander rumlaufen Und Soll ich Die Killzeit runter machen oder die Tasks mehr machen Und Julian Mach mal die Killzeit ein bisschen runter Und ein Tasks Und ein Short-Tasks mehr Ja ich würde auch eher sagen Mindestens mal eine Tasks mehr Weil Was für gewinntet Ihr seid alle noch ein Scheiß Aber Adi Halt dein Maul Für die Und Volker du bist genau so ein dummer Vollidiot Der weißt du nicht mal wo mir die Karte aufmacht Will ich mich arschen Alter Was sagt ihr mir erst jetzt Du bist wirklich ein ehrenloser Hund Du bist Imposter Du bist Imposter Schöne letzte Runde Würde ich sagen Schöne letzte Runde wird das Den wir alle killen Bitte Einfach alle killen Alter Dieser Double Kill war so baba Der war so dermaßen baba Da oben lagen zwei Reifen In Electrical Zwei Stück Oi Also Von mir waren gerade Das ist ganz einfach Es waren gerade Ich Niki Big Dick Reis Und Jan Papa Oder Jan Papa war auch dabei Wir waren zu viert Ja Ich habe von links zwei Laufen sehen Wo ich von Ich war mit Adrian Shields Und dann bin ich nach links gelaufen Und er ist hoch zu O2 Jetzt ist die Frage Wer hat ein O2 gefixt oben Das war Volker Da wollte ich gerade hinlaufen Ich kam gerade von links Okay Das heißt Julian Entweder sind die zwei Imposter Reaktor gelaufen Oder sind gewendet Richtung Mad Bay oder Camps Die sind safe gewendet 100% Das heißt Hat jemand Hat jemand Dennis gesehen Ich habe doch gesagt Ich war Cafeteria Oi Und war jetzt gerade bei Weapons Oi Bei Weapons Bei Weapons habe ich ihn gesehen Weil ich gerade den zweiten O2 Part fixen wollte Weil ich euch alle App mehr gesehen habe Ich habe nur zwei Leute Und habe noch Dings gesehen Volkan gesehen Als ich in Navigation bin Warte mal gerade Wer war jetzt noch alles bei uns Julian Julian Du Ich Wer noch Ich Niklas Du Drehdingstags machten Die habe ich dreimal verkackt Alter Das sind auch die zwei Paxen Und den anderen weiß ich nicht Von Storage Also Richtung Electrical Zwei Leute Ich habe nur dich Schon gerade gesagt Mit diesen Doppelwänden Ist schon dumm Der hat alle gesehen Außer Adi und Leon Oder nicht Adi habe ich gesehen Adi habe ich gesehen Adi habe ich gesehen Und ich bin nach links gegangen Ich habe gar nicht gewordet Achso Ich habe nur für mich sass Weil du halt ein Electrical Warten war Der Doppelwänd Paul Dennis Adi Volkan Und Paxen Die kann ich nur zu So fett bin ich nicht Dass du mich doppelt aufzählen musst Digger Oh sorry Paul und Paxen Ah ja Fünf Personen Die streamen Paul ist drei davon Verletzt mich Doppelwänden 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020